Ich dachte eher mit dem Teil, was zwischen den Ohren ist. Oh, ein ganz roter Spino. Knatschroter Spino. Ich muss mal knatschrot landen hier. Ist der rot? Ich sehe nur einen, der ist aber nicht rot. Bist du denn? Ich finde ihn nicht mit dem blöden Fernglas. Nur ein Stückchen. Und das ist genau unter mir. Also einen Spino sehe ich hier. Und dann ist ja so eine kleine Bucht. Die ist aber auch hübsch. Nein, ich bin in keiner Bucht drin. 45. Ich bin hier an den kleinen Inseln. Ich bin an der Küste lang geflogen. Ja, ich auch. Da fliege ich zumindest lang. Links habe ich die Vulkaninsel. Die habe ich da jetzt auch. Links. Ja, ja, links. Fliege ich Richtung Mond. Ja. Ich weiß nicht, ob du hinter mir bist oder vor mir. Du bist wahrscheinlich schon zu Hause. Weiß ich nicht. Ich bin jetzt hier an der Bucht. Da geht es nicht mehr weiter. Hier fließt überall was Lava links. Ja, du bist ein bisschen weiter als ich, glaube ich. Ja, glaube ich auch. Denn hier ist jetzt Scheißwetter. Oh, es ist ein Glitter. Oh, was für ein Blitz. Ich bin geblendet. Hammer. Hoffentlich kriege ich nicht einen Schlag hier in der Luft. Ja, es ist hier gefährlich jetzt hier rum zu fliegen. Meinst du? Ja. Oh, rote Strahlen. Hast du den gesehen? Nö. Über den Meer? Ich habe ja andere. Da hinten hatte ich gerade welche. Flatterst du da oben rum? Ja, bist du. Die kennen noch mal so einen Gewitterblitz. Ein blitziges Gewitter. Hört sich an wie echt. Jo. Ich fliege nach Hause, ne? Da, da, da. Ja, ja, ich auch. Direkt auf den grünen Strahl zu. Richtig. Ich glaube, ich muss mal gleich da auf der kleinen Insel landen. Not landen. Also, nicht landen. Not landen. Ja, bis zu dem grünen Strahl komme ich, glaube ich, noch. Ja, nicht ganz, wenn ich gar nicht. Warst du auf unserer Insel? Ja. Wo bist du denn schon? Ich bin gleich am grünen Strahl. Bei uns auf der Insel? Ja. Wieso bist du schon wieder da vorne? Ich habe Gras gegeben. Das gibt es gar nicht. Die schummelt immer, ne? Mit allem. So, ich bin am grünen Strahl, aber ich hatte auch keine Puste mehr. Du musst erstmal hier Energie sammeln. Was für ein Wetter, du. Da, da war wieder Gewittblitz links über dem Meer. Und überall Strahlen hier, du. Bisschen viele, finde ich. Hast du den Strahl genommen da auf den grünen? Jetzt ja. Gut. Da kam ja gerade erst runter. Oh, jetzt bin ich mal voll. Da war ein Töpfchen drin. Fünf Stück. Gut. Und noch so ähnlichen Kram. Das ist unser Floß. Du bist ja schon weiter geflogen? Ich bin zu Hause. Äh. Was? Ich sagte, ich bin zu Hause mehr nicht. Ich bin in die falsche Richtung von dem Strahl. Von dem Bogen aus. Ich bin da. Ich habe ein Miet mit. Das habe ich mit Blümchen nappig mäht. Da werde ich gleich mal Dings anschweißen. Hä? Wieso ist der hier wieder kein... Das ist doch doof. 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 Da soll ich nicht wieder Fleisch rein so... Muss doch mal vorher weggucken hier. Feuerwerk hätte ich beinahe gesagt. Folgt der mir? Ich weiß nicht, ob er dir folgt. Wieso folgt der mir? Hä? Der soll mir nicht folgen. Blödes Vieh. Ich wohne doch hier. Ist denn eigentlich auch mehr Wind jetzt? Weil die, die, die Palmen und so, die Bäume halt jetzt viel mehr wackeln. Das weiß ich nicht. Was? Hier hätte ich jetzt gerne so ein schönes, blitzenes Gewitter. Hier so mit dem Floß. Hausboot. Hier ist glatt auf. Da. Mist. Oh, doch da. Oh. Oh, doch da. Oh. Oh gut. Gucken wir mal, ob ich da schöne Screenshots hinkriege. Huch. Soll ich mal ganz leise. Ich brauche unbedingt zu essen. Huah. Nicht ins Feuer laufen. Wo hast du denn jetzt die Perlen hingetan? In eine von den Kisten. Hier drin. Ja. So. Wilma. Ich tu mal Cement. Den Scheiß brauchen wir doch auch nicht hier, oder? Boah, hast du die Pelze? Hier tu ich auch noch Pelze irgendwo rein, ne? Uh. Pelze. Da sind Pelze. Ja. Da haben wir jetzt 97. Ich nehme mal die Perlen. Irgendwie muss man doch... damit Glas machen können. So. Die darfst du behalten. Aber das Rezept haben wir doch gar nicht, ne? Ich glaube nicht. Aus der Uhr 200. Kann ich vielleicht neue Sachen lernen? Aber ich meine, Glas muss ja vor den Glassachen doch eigentlich kommen, das Rezept, ne? Eigentlich ja. Und das verstehe ich wieder nicht hier. Obwohl, das ist ja sowieso nicht in der richtigen Reihenfolge, ne? Ne. Weil ganz unten waren ja Sachen... Ach so, diesen Juice musst du erst lernen. Kann nur in der Handmühle hergestellt werden, das ist natürlich Quatsch, das kann nur in der Fruchtpresse hergestellt werden. Da steht er ja auch. Das ist ja auch noch Eis. Müde. Hm. Hm. Nicht gelernt. Das ist nicht gelernt, will ich lernen. Kann man nicht. Glas. Ich meine, Salz gibt es ja auch als Rezept. Ne? Mit tiefer Grill. Bitch. Das kann ich auch nicht lernen hier. Hä? Malz. Mehlbox. Zigarette will ich auch nicht lernen. Deine Kessel gibt das. Dann so ein Feuertopf. Hast du den gelernt? Ich hab... Irgend so was gelernt, ja. Gut. Nennt sich... Äh... Bratia. Metallhammer. Es gibt einen starken Metallhammer, steht hier, ne? Mhm. Der primär zum Zähmen von Dinosauriern gedacht ist. Aha. Dann haust du dir mit dir einen Schädel ein. Ob das so sinnvoll ist. Und das geht bestimmt nicht mit den Bären. Das glaube ich einfach nicht. Ich auch nicht. Ne, Betonkram will ich nicht lernen. Das ist hässlich. Ne, aber Glas... Gibt's nicht. Glas. Zwei Perlen, fünf Kristalle. Ich teste das einfach mal. Da. Ja. Zwei Perlen, fünf Kristalle. Und ein bisschen Sto. Vielleicht... Was? Was? Da passt ja noch was rein. Hier tue ich die Blümchen rein. Das ist ja falsch. Hm. Ich habe jetzt mal fünf Kristalle und zwei Perlen da rein getan. Ja. In den Schmiedeofen da, in den Schmelzofen. Und das Ohrmetall habe ich da mal rausgenommen. Aber wenn man das Rezept nicht hat, denke ich nicht. Aber ich weiß nicht, ob das geht. Naja, tut sich überhaupt nichts. Oder es dauert. Ich weiß nicht, wie lange das dauert. Vielleicht dauert es einfach nur. Wart doch mal ab. Ich meine das mit dem... Äh... Eisen dauert ja auch eine Zeit lang. Stimmt. Dauert auch eine halbe Minute oder so, ne? Dumm-di-dum-di-dum. 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 Und ich mache das... Ah! 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 Guck mal! Was? Glas! Ich habe Glas gemacht. Er hat Glas gemacht. Ich habe Glas gemacht. Ich brauche ja nicht so viel. Ich brauche zwei... Ne, zwei, vier, sechs... Wie viele Wände waren oben? Drei. Also, du wolltest jetzt rundherum das machen? Du hast da vorne drei und an den Seiten noch einen offen. Ah, ich habe noch vorne. Ne, da vorne fehlt... Achso, du wolltest ja... Drei. Das hätte ich so schön gefunden. So, so, so um die Ecke. Ja, dann machen wir die halt weg. Dann brauchst du fünf. Brauche ich fünf. Dann brauche ich zehn Glas. Ich brauche noch zehn Glas sind... Scheiße, Moment. Das ist ja cool. Ha! Da brauche ich Kristalle und Perlen. Da sind ja auch eine Kristalle. Haben wir nicht mehr Kristalle? Bestimmt, haben wir noch irgendwo Kristalle. Wo waren die anderen Perlen? Ich habe alles hier irgendwo eingetan. Hier. In... Ah ja, in die Truhe. Das ist aber ein teurer Spaß, ne? Ein bisschen Glas machen mit Perlen. So. Na ja, gut. Steht irgendwie nicht in irgendeinem Verhältnis. Steht irgendwie nicht in irgendeinem Verhältnis. Also Glas hätte ich eher gesagt. Macht mal mit Dreck, Sand, weiß ich nicht, Steine. Also wenn ich mir das Ding so angucke, sieht es aber schon ziemlich merkwürdig aus. Das Glas? Nein, das Boot. Hahaha. So, für so eine... Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Lamberwol. Ich mache einfach mal eine davon. Ne, da brauche ich doch nur. Da brauche ich gar nicht so viel. Ein paar Holzplanken. Holzplanken gibt es hier in der Holzplankerei. Also und wir bräuchten... Und... Sechs Fasern. Ich gucke mal, wie die Wand dann aussieht. Ich weiß es ja auch nicht. So. Eine Tür, ne? Was? Eine Tür brauchen wir. Das hat aber so Fachwerk drin. Ja, ist doch egal. Stell es doch mal hin. Wie eine? Oben? Ja. Ja, ich komme mal. Ich komme mal gehüpft. Ja, da kann man nicht so schön rausgucken. Deswegen. Weil das so voll geballert mit Fachwerk ist. Mache ich mal an der Seite, ne? Vorne, also hier so, weiß ich nicht wo. Also ich wollte das hier offen lassen, damit wir hier rausgehen und gucken kann. Ja, ja. Wie gesagt, das ist nicht schön. In der Mitte will ich die Tür haben. Ja. Ne? Ich mache das da einfach mal hin. Guck mal, so kacke sieht das aus. Das ist Glas? Das ist Müll? Das ist einfach das Fachwerkding. Ja, gut, da haben die irgendwie so eine Glasscheibe drin. Aber diese Holzbanken sind ein bisschen Panne. Das Fachwerkding einfach genommen und dann... Und es ist auch zu hoch. Oh ja. Das wäre mir aber egal. Ja, das guckt halt oben raus. Ach, weißt du was? Mach es doch einfach. Sieht doch mal was anderes aus. Mach hier auch noch so ein Teil hin. Ja, eins mache ich noch, aber mir nicht. Und die Tür? Die Glasdächer, die schrägen. Was für eine Tür. Normale Tür. Eine Holztür. Oder wird es eine Glastür? Glastür. Sieht sonst nicht aus. Kann ich die denn? Du musst ja keine Tür rein machen, aber so, dass man da rausgehen kann. Hätte ich doch lieber eine Gewächshauswand gemacht, ne? Ja. Soll ich nicht die lieber machen? Kannst du auch machen. Ja, habe ich jetzt gelernt. Gestärkte Holztür muss ich lernen. Ja, wo ist sie denn? Ja, wo ist sie denn? Ja, wo ist sie denn? Ja, wo... Stein sein? Ne, mach ruhig noch einen davon. Ich finde die irgendwie doch nicht so übel. Wenn ich ja so genau gucke. Ich brauche noch mal 30. Ich brauche noch mal 30. Bretter. Und ein paar Fasern. Witzige, hier musst du wirklich hin und her laufen, damit du dein Kram zusammen kriegst. Da versteckt der Holztür. Ja. Ja. Ich brauche 20 Kristalle. 20 Kristalle. Wir haben keine Kristalle mehr, ne? Damit müssen wir immer Kristalle haben. Ist hier eigentlich Winter oder was ist los? Wieso? Ich bin nur am Frieren. Echt? Ja. Ich weiß es gar nicht. Was fehlt denn denn noch? Zement? Wo haben wir denn Zement? Achso, das habe ich dir in die Truhe getan. Weeeee! Zement ist nicht nur in der Truhe, sondern auch in dem Portapestel im Haus. Ja, das nützt mir ja nichts. Weil die Truhen waren voll. Ich tue die mal da in den Schmitti, da kann ich alle mitnehmen. Die brauchen wir ja hier nicht. Waren hier noch Kristalle drin? Da waren auch noch Kristalle drin. Super. Super! Du kriegst gleich alles, was du brauchst. Ich muss bloß einige Teile hier im Schmitti bauen. Dann hauen wir das dann mal rein. So, jetzt komme ich mal zum Boot. Und jetzt schenke ich mir noch was ein. Soll ich dir auch noch was einschenken? Ja, schenk mir bitte auch noch was ein. Nicht. Ich kauf dir das ein. Verkauf dir das ein. Und du verkaufst mir das ein? Ich schenke das nicht. Oh, ist das anstrengend. Wir spinnen. Bis zum nächsten Mal. Mhm. Sollte.